Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Handforged. Mein Name ist Glenn und ich bin Hobby Schmied. In dieser Folge geht es mal um Kanisterdamast und zwar habe ich Kanisterdamast hier in dem Video schon probiert. Allerdings habe ich da nur das Stahlpulver getestet und wollte wissen, ob das Stahlpulver sich Feuer verschweißen lässt und vor allem ob das Ganze auch hart wird. Und das konnte ich in dem Video euch zeigen und deswegen schaut euch es an, falls euch das interessiert. Heute geht es mal an ein richtiges Paket bzw. an einen richtigen Kanister und zwar ist das hier 60 auf 60 mm mit 2 mm Wandstärke, also einfach nur ein Vierkantrohr Baustahl. Das Ganze ist hier schon verfüllt mit Kugellagern und dem Stahlpulver und davon habe ich noch ein zweites Paket mit 75 Ni8, also mit Werkzeugstahl, der sich beim Ätzen Silber färben sollte, also der sich Silber färbt beim Ätzen und den werde ich in diesem Video Feuer verschweißen und das Ganze einfach mal testen, wie das funktioniert. Dazu habe ich mir für meine Schmiedepresse noch einen anständigen, anständigen, ja gut, ich weiß nicht, ob er anständig ist, aber ich habe mir einen Aufsatz geschweißt für meine Schmiedepresse, die an den Auf, an die Aufsätze erinnert, die man sonst aus dieser einen amerikanischen Sendung kennt, wofür Schmiede gegeneinander antreten, denn die machen ganz gerne mal Kanisterdamast. Im deutschsprachigen Raum findet man dazu gut wie gar nichts hier auf YouTube und deswegen habe ich gedacht, mache ich jetzt nochmal ein etwas ausführlicheres Video bzw. zeige euch mal, oder einfach für mich aus Interesse, ich wollte einfach mal Kanisterdamast machen, richtigen Kanisterdamast und deswegen lege ich jetzt damit los. Ich würde sagen, ihr schaut mir wie gewohnt über die Schulter und ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen. Ich würde sagen, ihr schaut mir wie viel Spaß beim Schauen. Ich würde sagen, ihr schaut mir wie viel Spaß beim Schauen. Ich würde sagen, ihr schaut mir wie viel Spaß beim Schauen. Ich würde sagen, ihr schaut mir wie viel Spaß beim Schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020